Gute und schön, dass ihr wieder reingedivet seid hier bei Achilles. Wir machen mal weiter. Wir suchen das Unbekannte oder dieses Monster. Dieses Wesen aus einer anderen Welt. Wow, ein Schlag, ein Wuhuuu. Der war böse, da muss ich noch mal gucken, was zu kicken war, ey. Ja, ja, so ist das. Wasos? Hallo! 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 Uiuiuiui, ich springe hier drinnen. Und nochmal rein. Weg mit dem. Eieieieiei, mein Schmall, ne? Uiuiuiui, die machen ernst, die Jungs? Kann ich mich schon mal bitte wehren? Ich würde dem entstammt irgendwie so leicht... Weg mit euch! Er mit seiner Pike hier, ne? So wird's gemacht, bitte mal! Jawoll! Hier will ich was aufheben. Dem gebe ich schön eine mit. Bamm! Der wird bestreiten, die Sau, ne? Reden wir zurück! Machen wir's denn so! Machen wir's auf diese Art! So, wo muss ich da hin? Mit seinem Flammenbogen, ne? Du bist schon gerade tot hier! Ja! Hey! 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 Ach! Immerhin das Anwizieren da, ne? Der Flammenbogen! Oh, zwei auf einen Streich, ne? Mach das auf! Ja gut! Ja gut! Sieht ihn, boi! Ja? Vorbeigeben! Und wieder? Ich brenne aber ja! Ich brenne aber ja! Stirbt! Keine Chance, Jungs! Keine Chance! Ja! Ich brenne! Meine Güte! Was ist echt! für einen dritten macht los kommt noch mal so ein shrine was ich will die nicht drücken weg warum bin ich denn gerade so schlecht ach das ist so ein dicke ok 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 dann haben wir getroffen was waren das war das gift gewesen was muss ich mir hier reinlegen in die tasche was läuterung oder gift war das nicht ne ich mach mal läuterung rein kämpfen wir uns halt noch mal durch ne nicht damit wo komm ich stehe daneben mir ja dann gehen wir mal drauf komm ich lass euch am leben ich verschone euch alle auch die wölfe hier bin ich ach blöd du Irgendwas gegen Blutung. Mann. So, gerade so geschafft, ne? Blutung weg. Vielleicht schon mal Heilung rein, ja. Ah, wieso muss die Zielrunde... Gibt's hier noch was schönes? Kann ich mal gucken, ob man noch was looten kann, ne? Hier ist was. Aber nix besonderes, ne Arme. Schicksalslied. Hm, 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 hm. Gegengift. Hier, ne? Hä, komm, ich benutze mal. Ich benutze ja sonst nie. Löwe! Platz! Erledigt! So, wo ist der Schrein? Hier, links oder rechts? Irgendwann hier, ne? Ja, ja. Da ist er. Da rosten wir mal. Ja. 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 Okay. Und raus hier. da bin ich jetzt mal gespannt noch einer wissen will noch 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 sich alle weg machen das ist doch super naja mit dem rede ich jetzt noch keinen bock mach hier weiter oh der hammer man der schenkt mir eine da gibt es doch gar nicht keine reichweite stirbt wenn ihr einen erbrückt ist dann bin ich es so far ja wenn ihr meine hilfe braucht ruft mich an ich komme euch retten ich kenn's mindy nicht in wendy das war früher mal so eine hamburger kette bei uns man die wenn die die hat immer mal die namen gewendet aber gut so mit dem da jetzt los bist du für eine ich habe ihn herauf beschworen es stammt doch schon wieder was achte er bei uns weg und wird der kunst nur der andere schlägt mir einer von hinten rein so eine frechheit aber auch einfach nur frisch manchmal der zerrissene tempel die armee der untoten weg damit arena oder was oder wie oder wo das ist ich habe die heralds der terror Ich hörte Phobos' voice neben ihnen. Er ist viel stärker als vorher. Von der Verletzung ihres, du hast ihn einen Blut verletzt. Er ist unverletzt, aber er lässt es nicht zeigen. Du denkst? Ich habe eine Gefühle, dass alles, was ich nur noch schlimmer mache. Viele Jahre vorhin, ich versuchte die Krieg. Ich verletzte, und wenn das nicht genug ist, ich konnte nicht schützen meine eigenen Soldaten von ihnen. Nachher, ich versuchte diejenige, die die Krieg verletzte, als plötzlich, durch eine wunderschöne Gewalt, Phobos kam, und schlief Gris in Chaos vor meine Augen. Gris hat sich in Chaos verletzt, für viele Jahre, Achilles. Die Beziehung von jemandem wie Phobos war nur ein Zeitpunkt, und nicht deine Schuld. Es ist normal zu fühlen, aber erinnerst du das. Wenn es nicht für dich wäre, würde ich mit allen anderen Priesten sterben. Ihr Wunderschöne führt, dass Dinge anders aussehen. Ich weiß eine Sache für sicher. Als lange Phobos ist alive, Beasts nicht zurück nach Gris. In diesem Fall, wir müssen alles tun, um ihn aus diesem Weltkrieg zu entfernen. Ich werde mich überprüfen, und Sie sollten mit Hephaestus sprechen sprechen. Als ich weiß, er hat eine wichtige Aufgabe für dich. Ich hörte, dass du eine wichtige Aufgabe für mich hast. Die Beziehung von diesem Weltkrieg zu entfernen. Die Beziehung von diesem Weltkrieg zu entfernen. Die Beziehung hat eine wesentliche Kraft, als alle die Beziehungen, die du so weit verletzt hast. Für dich, eine Beziehung zu haben, muss ich die Beziehung für dich selbst verletzt werden. Aber so ist eine große Arbeit, wenn man sich selbst verletzt, hat eine Beziehung die Beziehung für die Beziehung zu verletzt. Wo bin ich diese Beziehung? The thing is, I have no idea. You won't do without an expert Hunters help. A large group of refugees from Mycenae arrived recently at the harbor. Possibly you'll find a hunter among them. In that case, I'm off to find one. Ja, dann machen wir uns hier mal auf den Weg, ne? Damit ich meine neue Rüstung bekomme. Die göttliche Rüstung. Aber wie es weitergeht in der nächsten Folge, ne? Danke fürs Zuschauen. Teilen, liken, abonnieren, nicht vergessen und cheerio! 1 3 4 3 4 5 5 6 11 11